ja weiter geht's im kampf ach du scheiße ja wir sind wieder zurück bei uncharted 2 der panzer ich nehme mal die muni mit acht zu scheiße wohin ähm ja alter nachladen mir geht nicht nehm wir mal ne andere waffe alter fuck weg boah junge so so das ist walter wo ist er ach da alter der panzer kommt immer näher nein 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 boah nein runter runter junge ja ich wusste es nicht junge alter das müssen übertrieben menschen gegen panzer und wenn er immer die deckung nimmt die total ungünstig ist von allen fuck mann alter wo sind denn die ganzen höcker da alter die kommen einfach so aus nichts die spawnen einfach ich bleib jetzt einfach hinter den ich schieße mir von der deckung zu achten ja ja toll ist der hin was will man gegen das ding machen hat der auch keinen zweck alter komm ja ist echt so über die brücke oh oh da links ja was ist das für eine perspektive das ist nichts ach da war muni naja hier haben wir auch muni halt da okay alter wow oh oh junge alter oh oh wie kommt denn der überall durch oh hm 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 Warte 2 Schüsse tot alles klar hm 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 vielleicht müsst ihr gerade auslaufen ne das ist doch Suizid das ist doch Suizid ist das denn abwarten oder irgendwas ich mein hm hier hoch vielleicht hier ist ein Schatz nein 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 so Zonkapa Statue alles klar wow liegt einfach hier so in der Ecke rum na toll da hoch nein nein das ist oh ja fuck ich wollte gerade nachladen ich sollte aufhören Automator für nachzuladen nimm mal das ist kacke na das liegt schon mal besser nein nehmen die Waffe wieder ich lab schon wieder nach natürlich ja wo außenrum ist ja witzig äh panik ach da sieht man so schlecht und jetzt runter da kommt er immer nicht lang ach zu macht alles ähm Junge der Typ ist aber echt nervig dieser wer ist er Jaheowicz oder wer hieß keine ahnung dieser Typ ich sehe nicht wohin ich muss so jetzt ach da schnell 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 rein da nein wenn sind die Typen weg springt seine eigenen Leute weg was macht denn der Panzer ganz ehrlich der muss doch irgendwann mal kaputt gehen die haben ja schon alles kaputt bekommen sogar ein Helikopter also wird das ja erstmal das geringste Problem sein ich schmeiße mal eine Granate rein und hier meine Panzerfaust und die jetzt dann das war's okay alles klar wo soll ich denn jetzt noch einen Panzerfaustschuss herbekommen ähm da drüben boah ne Fall wo ist die Fall da alter ich mach das ja nicht mehr lange es ist ja gleich alles am einstürzen und ich bin auch gleich am einstürzen ich regeneriere nicht mehr ähm ja es war klar ich war in der Klemme wenn ich rausgerannt wäre wäre ich auch hin also da da hast du echt alter geh doch mal weg du alter Opa sag wo ist jetzt super dass die Panzerfaust despaunt ist das hilft natürlich sehr immens weiter hier äh in den Panzerplatz zu kriegen ja was was fällt euch denn ein was fällt denn ein Spiel ein mir in den Panzer in die Quere zu schicken und dann die Panzerfaust beim ersten Run wieder ähm reinzuschmeißen und beim zweiten Run einfach mal denken sich nee musst du jetzt irgendwie zwei Schüsse herzaubern oder wie viel das Ding auch aushält ich habe gerade keine Ahnung wie ich da weiterkomme ich bin noch gleich kaputt alter alter hier bist du nirgendwo mehr sicher gib mir mal eine Minute bitte jetzt hat der Panzerfaust wahrscheinlich gleich in die Bude rein und näht die um ach guck mal ein Panzerschuss ach wie hübsch geh doch kaputt du Drecks Scheiß Kack Ding so wo soll ich den dritten herbekommen woher soll ich den dritten bekommen wo schießt denn hier wer da oben Boah Loch oder nein wow was für ein sehr nützlicher Raum der hat ja noch immer geliebt alter noch einer wirklich ich hab da echt der nervt mich für sowas also wenn du sowas auch schwierig spielst alter dann musst du ein Jahr Übung haben da kommst du sicher auf eine Millionen Folgen das Ding brennt doch schon wie sonst was das muss doch einfach nur kaputt gehen ja endlich nicht Tencent wie immer Quinto King Schäfer wo ist Schäfer nicht Sie haben Schäfer Oh, Mann. Natürlich, weil er den Dolch hatte. Ja, ich weiß. Hey! Keine Diskussion. Wir müssen los. Okay, gut. Dann rutsch rüber. Okay. Okay. Er ist bestimmt im vorderen Fahrzeug. Müssen Sie einholen, bevor Lazariewicz Ihnen die Finger kriegt. Okay. Ich hab ne Idee. Was machst du denn? Ich mach die Straße frei. Hier, lenk du mal. Was? Na, mach schon. Warum hast du mich denn nicht gleich ans Steuer gelassen? So weit hab ich nicht gedacht. Ja. Nicht so wackeln. Okay. Ja, genau so. Okay. Los, gehen Sie. Noch ein bisschen. Genau so. Hapo! 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 Ich bin hier, ja. Kapitel 21, Kolonne. Was? 21 schon? Was? Alter, das spiel ich ja doch heute noch in der Session durch. Ja. Darauf kannst du aber einen lassen. Oh, oh, oh. Alter. Boah, Junge. Der brennt. Ah! Nein, ich darf ja nicht. Ach, ja. Alter. Junge, wie viel da einfach sind. Ach ja, ich muss erst mal ein bisschen abwarten. Ist das überhaupt möglich, die Typen da rauszuschießen? Ich hab mal so eine Frage. Oh, 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 oh. Kung-Fu-Fighting. So, dann haben wir. Ich bin die Muni. Alter, ihr nervt da hinten schon echt eine ganze Weile. Gebt doch mal eine Ruhe. Ich fahrt mit einem Jeep irgendwo in den Abgrund, aber nicht auf mir rauf. Ich glaube, das muss man nicht machen, ohne Schützen, ne? Boah. Der springt doch. Juhu. Das ist nicht so gut hier oben. Tschüss. Boah. Boah. Alter. Shit. Boah. Das war aber... Da vorne ist ein Shit dran, alter. Puh. Alter, ich hab... Sechs Schuss auf der Waffe. Jetzt wird er den gleich auffahren oder irgendwas wird passieren. Ne. Scheiße, das Ding brennt. Oh, doch. Jawoll. Tschüss. Und jetzt geht's los. Alter. Das kennen wir noch, glaube ich, das Ding, ne? Von Drake Schicksal. Das haben wir noch... ...den ersten Teil schon gehabt. Alter, der brennt. Scheiße. Ja, toll. Hä? Aber der... Der brennt doch neben mir. Da kann ich doch nicht draufballern. Dann brennt sie doch auch. Hä? Ach, das ist sie. Ja, ich kann das nicht wissen. Ja. Ich kann das nicht draufbauen. Ich kann das nicht draufbauen. Alter, die da oben, ne? Uuuhh. Ja, Kontrollerstörung ist das ein bisschen hakelig. Warte, die Fahrzeuge haben die bitte mitgenommen. Ich meine, der Zug war ja schon lang, aber da waren ja kaum Fahrzeuge oben. Uuuhh. Uuuhh. Alles klar, Herr Hänsel? Ja, das Fahrzeug da. Halt drauf. Festhalten. Ja. Haha, ihr blöden Brenner. Jetzt seid ihr dran. Oh, Mist. Das haben die nie überlebt. Los jetzt. Warte. Warte. Was? Hm. Fast wie früher, hm? Kannst du laut sagen. Und was jetzt? Wir gehen zu dem alten Kloster. Was sonst? Da ist Schäfer. Verdammt. Was ist los? Laserewitsch hat ihn. Oh nein. Wirst du das schaffen? Aber sowas von. Ja. Dad schützt ihn. Ja. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, was. Was. Aber. Was. Tja, jetzt sind wir beim Kloster schon in Kapitel 22. Alter, habe ich heute drei Kapitel fast jetzt am Laufen? Na komm, da hängen so ein paar Hände raus. Na komm, das Ganze alleine hier, das Querschnitt, ja toll. Jetzt oder nie. Das haben die nie überlebt, haben sie davor noch gesagt. Natürlich. Wie sie noch flüstern und da vorne rumgeballert haben, na toll. Das hilft natürlich die Deckung in Schutz zu nehmen. Warum nicht? Ich meine, das Schloss ist da oder das Kloster ist da riesengroß. Vor allem liegt das einfach hier irgendwo im Mount Everest Gebiet, im Himalaya oder wie es heißt. Da liegt einfach eine Armbrüste und eine. Ja, ach. Oh. Da rein müssen wir. Ah. Ich habe gerade nur reingeguckt. Was war das denn? Panikattacke? Ja. Könnte so sein. Könnte so hinkommen. Was macht denn der? Bleib tot. Ich habe deinen Hals gebrochen. So. Ich glaube, die stehen da einfach unnötig in der Gegend rum. Was macht der denn da? Toll. Jetzt geht das ja aufwärmen. Na toll. Ich muss erstmal so die Routen von denen herausfinden. Das hat er niemals gesehen? So. Okay. Was? 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 Hat sich der Job gerade hingekackt oder sowas? Was? Ähm. Jetzt gehen die auf Suchaktion. Wenn er es herkommt, ziehe ich dann um die Ecke herum. Was schreit denn da? Tschüss. Camper. Ich halte mal meinen Fuß in sein Gesicht. Das ist äh. So tibetischer. So ein tibetisches Heiligtum. Jetzt bleiben die hier alle stehen einfach so. Ich meine. Sogar wenn ich jetzt hier irgendwo hinschieße, niemanden abschieße. Die wissen direkt wo ich bin. Die wissen direkt. Die wissen direkt. Die wissen direkt. Die nehmen dich unter Beschuss und das war's. Ich meine. Wir dürfen wahrscheinlich. Also schon auffallen. Aber. Ich möchte das irgendwie nicht. Wenn ich den da von der anderen Seite hole, geht das auch nicht. Ich kann eigentlich ja nur mal probieren. Na toll. Ja genau das. Ja. Ja. Warum probiere ich denn überhaupt. Ich hätte einfach schießen sollen. Weil. Es. Sagen wir mal so. Es macht hier keinen Sinn jetzt weiter hier rum zu probieren. Ja. Ich lese. Ich lese. Und dann schau mal. Ja. 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 Es ist ja nicht das erste mal, dass ich solche Typen weghau. Das ist ja gar nicht. Ja, fange mal Bam Naja, das hat jetzt nicht so viel geholfen Boah, die gehen aber auch schnell hoch eigentlich in die Bomben, wenn man mal so sieht Hier würde Captain Price sein, nagel sie fest Nein So, die nehme ich mir mit Ich nehme jetzt ein bisschen Muni mit So, das, also ich nehme ja so viel Muni mit, wie ich kriegen kann Und die Waffen mitnehmen, die man, mit denen man umgehen kann Ach, ja Guck mal Alter, woher kommen die auf einmal Ach, da Alter Natürlich Was auch sonst Boah, das ist aber weit Natürlich geht sich das nicht aus Ja, vielleicht Vorsichtig ran Schieben Jawohl Mist Mist, Alter Mist, Mist Oh Oh Ich wollte eigentlich herüberspringen Aber er hat ja wieder den Move gemacht Sich einfach da schön und bequem zu machen Nein, 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 nein Ruter da Alter, bist du irre oder sowas so über man unter abfangen hoch da abwarten hänker profe erhalten schießäppchen wahrscheinlich weil ich da dran hängen und ein paar kills machen haben wir auch glaube ich noch nie gemacht so jetzt muss ich aber echt ein bisschen muni einsacken weil sonst gehen wir leer aus ach ne wir haben noch tatsächlich aber die frage ist nur wie lang ja guck mal wer da wartet nein 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 das macht doch keinen spaß ja runter hoch da es ist auch ein bisschen quengelig muss ich sagen weil hier muss man auch wirklich die position sehen man muss wissen wie viele leute da kommen jetzt wissen wir mittlerweile auch toll mann oh mann wieso machen die das hier so eng dann geh rauf kostet das ding mir muni so ja hoch da jetzt wir haben wieder ihn eine trophäe erhalten ich bin mal weg ich bin mal weg den habe ich überhaupt nicht gesehen ja bitte wartet einfach mal eine minute ich habe seit dem krieg alter mann ja genau ich habe seit dem krieg da keine pause mehr gönnen können ach achtung wieso schieße überhaupt mit dem ding ich habe ja das hier na aufladen und abfahrt aber das ding bietet auch überhaupt keine deckung muss man auch wirklich dazu sagen also das hat mir denen eher viel mehr geholfen was hängt denn da hinten alter jetzt bitte eine minute mehr möchte ich auch gar nicht muss mich erst mehr zurecht finden ich weiß noch immer nicht wo wir sind und ich möchte gerne etwas muni ja das geht gleich weiter müssen sowieso weiter wir finden so dann drehen wir das mal auf tja freunde in der nächsten folge geht es dann weiter und dann sehen wir wie es weiter geht ne bis zum nächsten mal danke fürs zuschauen und tschüss bei der